Das ist jetzt gesichert. Gelangt zu der Bombe und entschafft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Der Hund ist so unnädig, dass der bei uns im Team spielt. Das ist nicht normal. Wir können kapitulieren? Echt jetzt? Ja. Alter. Wo war der? Das geht? Ähm, wenn es fein geht, legst du dir eine. Nee, Alter. Okay. Ich habe die ganzen Lippe geschlossen. keine munition mehr ich bin gestunnt von ihm Mit einer Ausfluchtnadel Haben wir den Dachshankasher? Ja, Elia ist in der Übrig Glockenläuten Gegner eliminiert. Eigner Ropferbrecher Hallo Danke Passt Verstehung.